Liebe Zuschauer, beim perfekten Promi-Dinner rätselten vor kurzem alle, warum Honey niemanden in seine Wohnung ließ. Seine bekannte Bee, die Sie vielleicht noch aus meinem letzten Interview kennen, gab mir den entscheidenden Tipp. Honig kommt aus dem Bienenstock. Und da es bekanntlich sehr eng und kleblich in einer Wabe zu und her geht, wollte Honey das seinen Gästen einfach nicht zumuten. Und da er anderen Leuten nur Honigsütze um Nasen und Ohren schmieren kann, hat er beim perfekten Promi-Dinner gleich noch ganz auf das Selberkochen verzichtet und sich professionelle Unterstützung geholt. Geheimnis gelüftet, Fall gelöst. Das war Agentin Ivana für Agentinnen.net. Mich 하나 aus dem Minuten Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.